In diesem Video wird einfach mal gezeigt, wie man in Minecraft malen kann. Original-Video ist wie immer in der Beschreibung verlinkt. Wir sehen, man packt einfach Wasser in Lava rein und so erzeugt man quasi eine Spur. Und wenn man das Ganze richtig anstellt, lol, ein Among Us-Character, einfach mal krass. Hier wird das Ganze einfach mal mit, was ist das denn? Roter, rotem Farbmittel gemacht. Also man droppt einfach rotes Farbmittel auf den Boden und so erzeugt man quasi Linien. Hier steht einfach mal Hello auf dem Boden. Hier wird noch einmal ein Among Us-Character gemalt mit blauer und roter Farbe. Also es gibt viele verschiedene Wege.